Grüß euch meine lieben Zelda-Fans, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge hatten wir unseren Weg jetzt nun gebahnt bis zum Dorf der Orni und jetzt sind wir schon im Dorf der Orni angekommen und wir ziehen jetzt nun den 13. Schrein im Spiel. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes erwartet. Mal sehen, welche Prüfung auf uns wartet, denn wir müssen jetzt natürlich vier Schreine finden können, anscheinend. Und wir sind wieder in so einem Windrätsel. Mein Name ist Akku Vata, im Namen der Göttin Hai, der soll jetzt nun geprüft werden. Windräder. Und das hat mich echt ziemlich getriggert, diese Stelle hier. Ich kann mich noch voll erinnern. Okay, okay, warte, warte, warte. Okay. Okay. Hm. Müssen wir überlegen, wie das gehen soll, weil ich glaube... Das drehen alle, oder? Nee, doch nicht. So einfach ist doch nicht das Rätsel, wie es aussieht. Ein Einer dreht sich jetzt nicht. Einer davon dreht ja aber nicht. Hier ist die Vision, warum nicht? So. Da geht es leider nicht, aber da ist... Einer läuft jetzt nicht mehr. Okay. Okay, okay. 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 Jetzt drehen fast alle. Mit zwei nicht. Okay. Jetzt drehen alle. Super. Das war einer der schwersten Rätsel, das ich jemals gemacht habe damals. Ist da noch etwas versteckt oder sowas? Ich schaue noch kurz nach, ob da noch etwas versteckt ist. Ist das eine Truhe oder sowas? Man weiß ja nie, weil in Normalerie kriegt man immer eine Truhe, wenn man etwas geschafft hat, aber anscheinend hier nicht. Ah, anscheinend hier schon. Fuck. Das war jetzt ziemlich ein Fail. So, ich glaube, ich muss den mit einem Fall treffen. Okay. Jetzt leckt es ja ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Ja, jetzt haben wir es richtig getroffen. Nice. Ein antiker Reaktor kehren. Ach man, das war jetzt nicht richtig. Ich muss aber irgendwie dort hochkommen. Das ist mir ein Rätsel. Wie kommen die da dort eigentlich hoch? Hat da eine Treppe dort oben oder was? Nee, da war nichts. So. Ich glaube, dann werden wir jetzt mal still das hier bänden. Ich weiß nicht, es gibt noch ein paar Truhen, aber die werde ich jetzt mal lassen. Die werde ich dann später holen, vielleicht einmal. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe immer mit Waruto gestartet oder mit Wamedo gestartet. Das war damals in meinem privaten Run. Und dann später bin ich zur Waruto gegangen und dann in Gerudo-Reich bin ich gegangen. Ohne Scheiß. Jetzt müssen wir noch einmal den nächsten Schrein finden. Ich weiß, den Turm können wir jetzt noch nicht erreichen, weil wir brauchen natürlich die Fähigkeit von Rivali. Den haben wir jetzt derzeit noch nicht. Hm. Dann tun wir mal schnell mal teleportieren. Ah ja, genau. Ich kann ja nicht teleportieren. Äh. Scheiße. Ich habe ja keine Sachen hier mehr gemacht. Das ist das Problem. Shit. Wir wollten jetzt nun schnell zum, ähm, Häuptling gehen. Mal sehen, was uns jetzt zu sagen hat. Andersherum will der Häuptling so sein. Anscheinend. Reden wir mal mit ihm. Oh. Ein Gast. Ho, 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 ho. Was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa... Wo sind meine Manieren? Ähm, ich bin Cannelli, der Häuptling des Dorfes, der Orni. Also, was hast du da am Gürtel hängen hast? Ist das ein Schickerstein? Genau. Ho, ho, er stimmt also wirklich. Du bist ein Recke und kannst wie Rivali denn die Zahne mit durchsteuern. Nein, es kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schickerstein geerbt haben. Aber zei mir, ich war in Gedanken. Nachbarer des Recken, wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachbarer des Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Warmedo, der über den Himmel kreist, auffällst. Es gibt nur einen Weg, einen Titanen zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Teba und Hedris sind übermütige Jünglinge aus dem Dorf und haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Herthes verletzt worden. Du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb höre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Teba. Er hat vor Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm, zusammen könnt ihr Warmedo vielleicht aufhalten. Okay, dann müssen wir mit ihm reden. Er befindet sich hier unten anscheinend. Oder ist der, nein, er befindet sich hier drüben. Es tut mir leid, aber ich habe mitgehört, dass du mit dem Haltling gesprochen hast. Willst du wirklich zusammen mit deinem Mann Teba gegen Medo kämpfen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider nicht so viel mehr tun, als dir zu sagen, wo mein Mann sich auffällt. Erzähl. In Ordnung. Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Er befindet sich am Rhinospass, am Fuße des Hebraberge. Dort oben, dort üben die Ornikrieger den Luftkampf. Wahrscheinlich wappnet sich mein Mann dort, um Medo nicht nur noch einmal zu unterlegen. Dabei er ist zu Fuß normalerweise kann man vom Rivali-Platz direkt zum Flugplatz fliegen. Aber wenn man jetzt zu hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Medo abgeschlossen. Der Rivali-Platz ist ein Gedankengedenkort für den Recken der Orni. Rivali. Damit wir niemals vergessen, was an jenen unheilvollen Tag geschah. Oh, eine Erinnerung. Ich halte jetzt mal in den Mund und genieße mal die Erinnerung an Link mit Rivali. Rivali. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch im Po in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ghanon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ghanon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Ha! Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, hab ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Ha! Ha! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch! Ha! 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 Was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Du sahst weggetreten aus. Verzeih mir, ich wollte nicht anmermaßend klingen. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Also ich finde das Synchro von Rivali einfach passend. Ich weiß nicht, viele Leute haben einen Hass auf Rivali. Ich weiß nicht wieso und warum. Aber, um ganz ehrlich zu sein, Rivali ist eher so wie eine Art Rivale zu Link, aber ein freundlicher Rivale, weil er so angegeben hat. Er wollte natürlich keinen Kampf austragen mit Link in Wamedou, aber anscheinend hat er nicht die Fähigkeit zu fliegen, weil er ein Hylianer ist. Das war ihn jetzt erst später vom Begriff gewesen, weil er ein normaler Hylianer ist. Tag, wa? Oh, du bist auch ein Hylianer auf Reisen, was? Hm, ja. Wir sind in den Flitterwochen. Musst du wissen, aber dieses Dorf ist echt das Letzte. In Gorodostadt kann man Juwelen kaufen. Im Dorf der Zoras wird gebetet und so. Überall ist was geboten, wa? Aber hier, so langsam will ich nur noch nach Hause. Ach komm, finde ich nicht. Hm, tja. Als wäre dann... Dachchen, dieses Dorf ist tot langleg, wa? Findest du? Ach, lass mich doch alle in Frieden. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit, aber was habe ich davon? Da sollen wir wenigstens mal einen Röstapfel bringen, sonst verlasse ich mich sofort wieder scheiden. Oh, ein Röstapfel. Das können wir machen. Aber erst später. So. Wir müssen aber einen ganz großen Weg nach oben gehen, nach Norden. Also das heißt, wir müssen dann jetzt in die eisige Kälte. So. Dann lass uns jetzt schnell hier rüber fliegen, weil ich glaube, wir haben jetzt keinen anderen Weg mehr hier rüber zu kommen. Wir könnten jetzt hier hochgehen. Und hoffen wir, dass wir nicht runterfliegen. So, jetzt warten wir nochmal ab, bis es vollständig ist und dann gehen wir dann zum Schrein. Aber ich weiß, es geht jetzt schon jede Menge starke Gegner. Und jetzt wird es schon ziemlich kalt hier, weil es jetzt schon die kalte Zone hier befindet. Ach du Scheiße, es ist kalt. Ach man. Ich glaube, ich war auch jetzt mal schnell... Hier ist es extrem kalt. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Oh mein Gott. Und sogar der Mantel reicht auch nicht aus. Das ist ein Scheiß. Und es schneit. Oh mein Gott. Jetzt kommen noch mehr Gegner. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt mal wechseln. Boah, wie viele Gegner da hier jetzt kommen. Was? Die killen mich gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Ich muss jetzt schon einen Trank nehmen. Oh mein Gott. Komm. Renn. Was? Der One-Hit-It. Ich erschütze dich. Oh mein Gott. What the fuck? Die sind extrem stark. What the fuck? Die sind zu überpowered. Das schadet auch, ne? Ja, genau eine halbe Herz abgezogen. Mann. Ich wünsche dich, wir wären dann bald da. Weil ich habe jetzt. Michos Fähigkeit kann ich jetzt nicht nutzen. Weil ich habe jetzt leider verkackt. Das wird hier wieder neu regeneriert. Jetzt geht es mal schnell wieder rein in die warme Stube. Oh Mann. Oh Mann. Dann will ich dann die ganze, die ganze Equipment. Aber leider habe ich nicht so viel Rubine. Das ist das Problem. Oh mein Gott. Das ist das schwerste Teil überhaupt. Das ist das versteckte Winde. Dann machen wir natürlich einen Paraglider, um hochzukommen. Was haben wir hier? Super. Violette Rubin. Das wird ein bisschen mehr, ein bisschen die Rubine aufstocken. Einen Roboter habe ich jetzt locker besiegt. Äh. Warte. Nein. Da habe ich jetzt echt Probleme gehabt mit dieser Stille hier. Boah Link, jetzt geh doch mal hoch. Bist du behindert? Bist du geisteskrank, Link? Hey. Ich habe doch jetzt... Was? Zweiter Versuch. Komm. Und die Plattform... Ja. Gut. Sehr gut. Du kannst jetzt endlich mal die Plattform greifen. Warum denn nicht gleich so, ne? Warum denn nicht gleich so? Also es scheint wohl eher einer der einfachsten Stellen zu sein. Warte, lass mich raten. Da ist es eigentlich ein Leiter, oder? Als ob. Oh, Mann. Oh, Link. Jetzt geh doch mal hoch. Verdammt nochmal. Oh, Link. Du dämliche Juliana. Geh doch mal hoch. Was ist denn los? Wo klappt das jetzt diesmal nicht? Hallo? Es funktioniert nur, wenn ich es will, ne? Boah, das ist... Verdammte Scheiße, Mann. Das ist eine Kacksteuerung. Ich glaube, das ist ziemlich buggy, muss ich schon sagen, mit diesen Ventilatoren, ne? So. Das haben wir jetzt mal endlich mal geschafft. Puh. Das brauche ich eh nicht mehr extra lesen, das ist ein Kack. Damit haben wir jetzt schon zwei. Es ist aber nicht so sehr einfach, wie man das sagen soll. Also ich muss jetzt wieder mal diesen Kälteschutz wieder nehmen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so verrecken werde jetzt. Ich brauche jetzt wirklich... Zum Glück habe ich noch ein paar Chili jetzt gesammelt. Und das ist gerade erst im letzten Part. Damit wir dann wieder was Warmes kaufen können. Wachen können. So, jetzt möchte ich mir schnell mal gönnen, jetzt mal was Warmes. Das ist eigentlich mal ein Kälteschutz. Und jetzt kommen wir mal dazu zum Flugplatz, wo dieser... Person hier ist. Hm. Anscheinend müsste es das hier sein. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Tja. Wir lernen jetzt mal diesen Typen jetzt auch hier kennen. Und wir werden jetzt nochmal sicherlich nochmal Sachen mal herstellen. Als erstes, bevor es dann wirklich losgehen wird. Und ich habe leider nichts Warmes. Verdammt. Das ist mein letztes warmes Essen. So ein Dreck. So ein Dreck. Kochobst. Naja, das wird jetzt leider nicht so vieles bringen. Und Mifas Fähigkeit wird auch jetzt später was bringen. Naja. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so vieles erreicht. Aber Hauptsache, wir haben jetzt schon genug Pfeile für die nächsten Folge. Denn wir werden jetzt jede Menge, ich wiederhole jede Menge Zeit jetzt verschwenden müssen im nächsten Part. Denn ich glaube, es kommt jetzt einmal ein Bogenschützerübung. Aber ich glaube, es werde ich dann halt im nächsten Part reinpacken. Also, falls es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben würde mich noch freuen. Und ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Denn ihr wisst schon selbst, YouTubes Algorithmus ist total neben der Spur. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Euer RedPoketendo. Ciao.